Sie ist ein mittelständischer Münchner Betrieb wie aus dem Bilderbuch. Die Fahrschule Bruckmeier im Westend wurde heuer bereits 50 Jahre alt. Klaus Bruckmeier führt das Geschäft in zweiter Generation seit 25 Jahren. Nun macht die Fahrschule Bruckmeier mit bei MünchenVorteil, dem Rabattprogramm der Stadtsparkasse München. MünchenVorteil finde ich eine interessante Sache. Es ist eine Möglichkeit, wie man sich wiederum ein bisschen abheben kann von den anderen Betrieben, wie man seinem Kunden etwas Gutes tun kann. Er hat die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. Und zugleich erreicht man noch, dass der Kunde möglichst nicht mit Bargeld bezahlt, sondern halt seine EC-Karte nutzt. Und das ist uns als Fahrschule wesentlich lieber. Und der Kunde profitiert, weil er dann etwas Geld zurückbekommt, Cashback praktisch. Über 1000 Partner vor Ort und online. Mit MünchenVorteil leistet die Stadtsparkasse München auch einen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung. Die Idee war einfach, dass wir unseren Kunden Vorteile gewähren möchten auf einfache Art und Weise. Und natürlich nebenbei auch unsere Firmenkunden unterstützen wollen, unsere Händler, die hier in München tätig sind, um Kunden und Firmen, einzelne Händler zusammenzubringen. Es geht ganz einfach, man muss sich nicht mal anmelden dafür. Es genügt einfach mit seiner Sparkassen EC-Karte zu zahlen, also der Giro-Karte. Und wenn man bei einem der teilnehmenden Händler zahlt, dann bekommt man eine Kaufpreise Rückerstattung in Höhe von 1,25 bis 10 Prozent. Der Kaufpreis wird zunächst komplett abgebucht vom Konto und wir buchen dann den Bonus entsprechend wieder auf das Konto gut. Frisch, fruchtig, anders. Mit diesem Slogan ist die Fahrschule Bruckmeier auf Münchens Straßen unterwegs. Rund 20 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kunden möglichst entspannt und sorgenfrei durch die Prüfung kommen. Es gibt die Führerscheinklassen A, das sind die ganzen Motorrad-Führerscheine, die kann man natürlich bei uns machen. Es gibt den Führerscheinklasse B, das ist der Autoführerschein. Dann gibt es die Anhänger-Führerscheine B96, der ist relativ unbekannt, aber eigentlich eine tolle Sache. Und den Führerscheinklasse BE, das ist dann der etwas größere Anhänger, auch das kann man bei uns machen. Auf die Klasse B96 haben wir uns sogar ein Stück weit spezialisiert, weil wir gemerkt haben, dass der Bedarf da immer stärker wird, vor allem unter den Campern. Und dann gibt es noch den Lkw-Führerschein Klasse C und Klasse CE, auch den kann man bei uns machen. Und wem es pressiert, der kann ihn hier auch ganz schnell bekommen, den Führerschein in nur sieben Tagen. Das sind sogenannte Intensivkurse. Natürlich ist da auch notwendig, dass die Leute zu Hause mitarbeiten, dass die Leute frei haben, Urlaub haben. Die sind dann also wirklich den ganzen Tag beschäftigt mit Führerschein machen, das geht in der Früh los, geht den ganzen Tag durch bis an Abend. Theorieunterricht, Fahrstunden, aber wir schaffen das dann relativ gut in ein bis zwei Wochen. Und mit München-Vorteil der Stadtsparkasse München spart man bei der Fahrschule Bruckmeier ganze zwei Prozent. ... ... ... ... Vielen Dank.